Das ist nicht länger aktiv. Vor allem die Jungs gerade eben war, Alter, was waren die beschissen? Ja, die sind ja die ganze Zeit rumgeschwänzelt, das waren ja die Typen die ganze Zeit. Und sobald einer markiert war, sind sie hingestürmt. Ich denke mal, dass sie das schon die ganze Zeit gemacht haben. So, ich bin jetzt wieder direkt vorm Eingang. Ja. Wo ist das jetzt? Checkpoint oder West? Wo seid ihr jetzt? West bin ich, glaube ich, gestartet. Ich habe den geringeren Weg. Ich habe, glaube ich, den Anfang genommen. Koch ist hinter mir, also passt. Ja. Achso, ja gut. Dann kommen wir jetzt zu euch. Ihr seid jetzt auch wieder Rang 3, ne? Ne, ich bin Rang 4. Ich auch. Achso. Da haben sie echt gewartet bis, ey. Ist weg, ey. Wer hat wo gewartet? Ja, die Jungs. Auf uns. Die Jungs. Das war ja ein Squad, würde ich sagen. Sobald sie waren, sind sie auf uns los. Ich bin bei dir, Huschi. Seh dich. Und wo sehe ich denn mein Zeug, was ich weggeschickt habe? In der Base wahrscheinlich, oder? Ja, ja. In dem Raum. In dem Lager. In dem großen... Gehen wir zu den anderen beiden? Ich dachte, wir gehen mal hier runter, aber okay. Können wir auch machen. Die rennt ja eh. Achso, die kommen eh zu uns, okay. Dann können wir auch. Wir brauchen ja ein paar Gegner. Hier geht's auch noch rein, warte mal. Das ist die andere Seite, denke ich mal. Warte mal. Was meinste? Ja, aber hier ging's rein, nicht hoch. Äh, nicht runter, sondern rein, ne? Hausengang. Achso, okay. Aber hier unten ist eh nicht, also... Ja, hier auch nicht. Doch, von mir ist ein Gegner. Hä, Gegner? Ich glaube, ja. Runter zum Uschi. Warte, ich muss ja mal gucken. Ja. Ich dachte, ich glaube, weil es hat kurz rot gezeigt. Neben mir sind sie irgendwo. Eie. Ich habe Punkte gekriegt für nix tun. Ja, ich auch. Ich bin in die Dark Zone, äh, ich bin in den Dings reingegangen. Hier in den kontaminierten Bereich. Oh fuck. Oh, 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 was ist da netzlos? Ich hab auch zur Fresse gekriegt. Von wem? Wo bist du denn? Ich hab keine Ahnung, wo es ist. Lappen. Irgendwo in so'n Haus. Oh, hier oben. Hier unten sind Gegner, Jungs. Hier unten, ohne U-Bahn. Kommt immer runter zu mir. Ja, sollen wir nicht mal Lappen eben herholen? Der ist doch tot, oder nicht? Ja. Ja, siehst du? Achso, ja gut. Ja, dann komm runter zu uns, weil Huschi warte noch nicht angreifen. Okay. Die ist den hier. Vorne. Ach, ich hab ne Healpistole. Sag das doch mal einer. Das war die Healpistole. Danke. So, Monkey ist da. Huschi ist da. Da vorne ist noch einer. Okay. Okay. Das war ja Asi. Okay. Ich hab gedacht, der hält mehr aus. Entschuldigung. Ich hab jetzt echt gedacht, dass der mehr aushält. Da ist einer reingerannt. Wo? Oh, hier sind welche. Freund, Feind? Hm. Nicht. Ja, hier. Anderes Team. Halt hier unten in der U-Bahn? Ja. So, was machen wir jetzt? Na, wieder rausgehen. Hier ist ja sonst kein Gegner. Ja, hier vorne wartet kurz auf mich. Wir müssen halt Gegner suchen. Broadway. Hier geht's hoch zum Broadway. Ja. Ein bisschen mehr Action könnte ja schon los sein von anderen Gegnern, weißt du? Damit du bisschen hochleveln kannst. Kannst du sagen, wir müssen mal schauen, wo der Lappen jetzt herkommt. Der Lappen ist glaube ich hinter uns. Oder? Aber der kann sich ja porten zu uns, oder? Da hinten ist einer markiert. Ne, der ist freundlich. Der kämpft gegen normale. Achso, du meinst den da ja. Da hinten sind Gegner. Warte mal auf den zu heilen. Ja, das habe ich gerade eben gemerkt. Ich habe mich verklickt, Mann. Verhält er den? Ja, Mann. Ich komme jedes Mal auf Kuh. Was soll ich denn machen? Dann nimm das doch raus. Was? Ach, der ist so in den Berg hoch. Ja, und der ist alleine. Aber wir haben vorhin schon mal jemanden getötet, ne? Ich lasse es. Ja, ich lasse es auch. Kommt der jetzt, oder ist der schon da? Was denn? Der zielt auf dich auf jeden Fall. Auf mich? Ja. Du willst deinen Loot raushaben, ne? Ich habe meinen Loot schon raus. Also ich habe nichts mehr, was weg muss. Ich müsste aber meinen Loot noch rausbringen zum Cesar. Oh, da kommt er noch. Da kommen noch zwei. Welche Richtung? Äh, da. Nicht feindlich. Ach so, ja, ich sehe es. Was machen wir denn jetzt hier? Nur mich sehr gut, oder was? Ja. Warten und beobachten. Komm, schieß mich an, Alter. Ich würde mich so freuen. Spiel auf seinen Schädel. Ladungsaufnahme erfolgt. Ich kann da nichts dranhängen. Ach, ich müsste elf gedrückt halten. Dann mache ich ja. Aber es geht nicht. Bei mir ging es noch aufräumen. Vielleicht hast du es ja schon gemacht. Ja, guck mal in dein Inventar. Guck mal, ob du radioaktive Sachen unten rechts hast. Na, zwei Stück habe ich noch. Ich kann die aber nicht dranhängen. Nee, geht nicht. Bei mir. Nee, geil. Da sind zwei rot markiert. Geh mal hin. Ja. Rappen weiter. Rappen? Ah ja, ich bin hinter euch. Oh, hier ist eine Quarantänezone. Quarantänezone. Geht doch mal rein. Mit dem dicken, fetten, roten Kagekennzeichnen. Hinter euch ist wieder einer, der euch hinterher läuft. Ja, vor uns auch. Die können wir wieder nie öffnen, wa? Bei der Seite. Okay, dann brauchen wir hier nicht reingehen. Der sitzt einer ganz hinten an der Ecke und schießt die ganze Zeit. Ich tauch immer wieder auf, dass der rot wird. Also du hast dein Zeug definitiv nicht abgegeben, weil du hast den Container hinten noch drauf. Sag ich ja. Ich weiß nicht, warum ich den nicht abgeben konnte. Ich möchte ihn nicht ändern. Rechts von uns. Gerade eben hat's geschossen. Gehen wir mal ins Parkhaus rein, modernierter Bereich. Der Typ killt eh nach dem anderen davon. Der Rush-Typ tötet hier eh nach dem anderen, ne? Ja, das ist... Miffi, wo bist du denn? Direkt beim Rush-Typ. Der kommt gerade zu mir. Da läuft der lang. Der ist rot, wollen wir uns nicht schnappen? Ja mach halt, aber der ist gar nicht so einfach. Warum schießt ihr da den Birken am Gerstkrieg da? Noch bei mir, Uji? Ja, ich bin neben dir. Der ist wieder fast voll. Warte, wie schnell der ist. Oh Mann! Der ist schon wieder fast voll. Ja, der ist halt gut, der ist bestimmt schon länger hier. Ja, Stufe 7, ne? Rang 5, ja. So, jetzt müsste ich auch meine Bergung mal wegbringen, weil ich hab 6 Stück im Kofferraum. Gut. Warte mal, da liegt noch irgendwas. Äh, ich hab eins. Bauarbeiterhandschuhe. Mehr hab ich nicht bekommen, weil der Rest hat sich irgendjemand geschnappt, der vor mir war. Muss ich nie gewesen sein. Da vorne ist ne Bergung. So, warte, hier ist noch einer. Ach so, das ist der. Können wir uns jetzt mal ne, äh, ne Ding suchen dann? Weil ich will weiter. Da oben ist einer. Ja, mach mir doch gerade. Ey, ich hab's ja gar nicht gesehen, tschuldige. Er hat doch gerade ihm gesagt, da ist ne Bergung. Ja, tschuldige, hab ich nicht gehört. Weg ist der Heli. Da war ne Bergung. Ja, dann holen wir dort nochmal eine. Ist da kein Ding. Hä? Wie gehst du denn da hoch, Monkey? Ja, tschuldige, hab ich nicht gehört. Ja. Oh man, hoch man. Da ist den. Alter Typ, ey, der hatte über 300 Sekunden. Wie macht man das denn? Hast du das gesehen? Ja, du musst da auch ein bisschen ne Leuchtpistole finden und dann abschießen. Das ist keine Leuchtpistole. Ja, Bergung möglich, F. Guck mal, man hält F gedrückt, so wie es da steht auf dem Display. Ja, hat dich gerade nicht angezeigt. Ich nähere mich ihrer Position. Hat bei mir auch nie angezeigt, das ist ja auch ein Problem manchmal. Ja. Okay, hier sind noch ein paar Gegner. Ja, dieser R4 Sender oder sowas wieder heißt. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Wenn die Rot sind, sind das doch Gegner eigentlich, oder? Ja. Der eine ist markiert. Könnte umlegen. Agents, ich nähere mich ihrer Position. Gruppe wird abstricken. Ich hab hier ne Macke? Wird doch gar nichts gemacht. Ne, ihr habt eben Gegner erschossen. Nein, hab ich nicht. Nein, hab ich nicht. Ja, bei mir auch. Warte mal, stehen du Lappen. Ach ne, Mann. Lieg am Boden, Lieg am Boden, Lieg am Boden. Warte noch. Zehn, neun, acht, sieben. Bin tot, bin tot, bin tot. Da sind noch ein paar. Ja. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, zwei. Ach, hört doch mal auf, die Leute zu schießen. Ja, wenn... Ja, soll ich... Ja, lauf einfach weg, Mann. Agents, ich nähere mich ihrer Position. Toll, jetzt greifen sie mich nämlich auch an. Klasse. Eine Maschine ist im Anflug auf ihrer Position. Absicht. Ugh, ich sponjeste. Storage. Cheers... Spoil? Wow! Sals, was dasWork? nicely ran dir balloted. Xing! Alles wieder richtig? Ja, dran, Elon? Okay.. Ähm, West, okay. So, ich bin draußen. Wir müssen mal so Gegner finden, irgendwie. Das ist halt das doofe, egal wo wir waren, vorhin auch wo der Huschi hier unten war, wo wir in der U-Bahn waren, da war ja dann einer von den Bots, sag ich jetzt mal, und einer ist halt kacke, bringt uns nix. Aber man levelt halt doch schon ganz schön schnell, ne? Ja. Oder, Huschi? Hast du auch 5? Naja. Ja. Ich hab'n Gegner auf der Karte. Rechts von uns, ne? Mhm. Ich lass' die jetzt erstmal in Ruhe, ganz ehrlich. Ich, äh... Naja, die dürften natürlich nicht schießen, wenn ihr dann, wenn... Wenn ihr dann... Das ist halt so ein Problem, ihr müsst die halt umlegen. Ihr seht ja die Zeit ablaufen bei denen. Wenn der in den letzten 2 Sekunden ist, dann braucht ihr nicht mehr draufschießen, weil... die Google treffen dann und dann seid ihr ja die Abtrünnigen. Laufen wir eigentlich hin? Ich würd' sagen, Richtung... Richtung Südwesten mal. Kannst du das auch markieren auf der Karte vielleicht? Was willst du denn da markieren? Da ist ja nischt. Ich seh' hier die Menge Zeug, da seh' ich Freund, dann seh' ich hier irgendeinen... Wackier mal Freund. Warte mal, da ist ein Wahrzeichen, da ist noch ein Wahrzeichen. Kontaminierte Zone. Was ist das hier? Äh? Abholbereich, Sterbeort... Ach da, wo wir gestorben sind, okay. Pass aber mal. Sollen wir mal in die Kontaminierungszone rein? Ich bin jetzt grad mal in die Kontaminierungszone reingegangen. Ich guck mal, was hier so ist. Hm. Und nischt, wa? Nö. Ich komm wieder zurück. Obwohl hier ist irgendwas. Kiste. Ja, aber die ist zu, oder? Ja, Rang 10. Wo sind die anderen beiden? Da ist Fuschi. Ja, geh mal hin. Hey, da schießt jemand. Ja, da schießt auf den Typen da drüben. Oh Mann, jetzt. Jetzt ist er, jetzt ist er markiert. Er ist, er ist markiert, aber nicht wir. Ach, nicht wir, nicht wir. Sehr schön, Monkey. Hä? Noch eh noch. Oh. Du hast noch getötet, oder? Oh, wer war das denn jetzt? Ich hab nicht einmal geschossen, bin abtrünnig geworden. Nichts gemacht, gar nichts. Ich hab auch nichts gemacht. Nein, Schlusspapier geben, gar nichts. Doch, ich hab' ich das System noch nicht verstanden. Vier, drei, drei, eins und freundlich. Und wichsert. Aber töten bringt halt gleich mal 300 Punkte, ne? Ja, ja, klar. Das ist makaber. Davon laufen wieder zwei. Gerne. All right. Dann findest du aber wirklich auch keine Gegner irgendwie. Hinter uns ist einer. Komm, versuch' den mal zu holen. Weil anders kannst du ja keine Punkte machen zurzeit. All right. All right. All right. All right. All right. Du kannst eigentlich jetzt grad nur durch Töten Punkte machen. Weil hier gibt's keine NPCs. Rechts von uns ist auch nötig. Ah, rechts, 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 hinter uns, da. Ah, jetzt haben sie. Ah, nee, da sind zwei, drei. Uh, da sind ein paar Leute. Uh, ja, geil. Aber die sind halt wieder raus. Das sind nur 20 Sekunden. 90. 89. 90, ja. Ja, die haben grad jemanden getötet. Das ist halt das Problem. Ach, da kommen wir nicht drüber. Aber was haben wir zum Verlieren? Fehlt euch irgendwas? Gegner. Nein, nein. Gegner, Gegner, Gegner. Ja, hier steht auch einer. Nein, ich mein NPCs. Alter. Ah. Hier und zu. Habt einen. Ist er weg? Ja, der ist abgehauen, die ist auch. Wo denn denn? Nee, der ist weg. Also entweder tot oder da hinten irgendwo lang. Siehst du das? Der ist weg von der Karte. Den kriegst du, glaub ich, nicht mehr. Oh, ich hab ein schützendes Holster. Weil, dann müsstest du... Hier hoch und der kommt uns entgegengelaufen. Dahinten ist ein verlorenes Objekt. Was auch immer das ist. Ah, der ist, der ist... Ah, der ist frei. Das wär sauber. Ah, warte. Nee, der ist noch nie. Da hinten ist noch einer. Wer auch immer mal hinter mir ist. Ich bin hinter dir. Sehr schön. Bitte lass mich doch durch. Perfekt. Wo ist die Ratte? Na, der ist schon wieder frei. Also ich hab einen Gegenstand. Ich hab auch einen. Ich hab nix. Ja, sonst holen wir uns halt ne Abwurfzone irgendwo. Da hinten ist er der Dreck. Okay. In 130 Metern ist einer. Was seid ihr denn da? Monkey? Da. Siehste? Da läuft er. Kill ihn. Oh, komm! Nein, hör auf! Hör auf! Nein, kill ihn! Mein Teammitglied hat sich von der Division ausgesagt. Ihr Team gilt jetzt als abtrüppig. Mann, ich hasse dich manchmal so sehr. Wo sind die Jungs denn? Zack. Alter, wenn ich jetzt getötet wäre in den 8 Sekunden, hau ich dich um. Ja. Du hörst jetzt mal aus, Schatz, sie! Ich hasse dich, Monkey! Hinter uns, Monkey, hinter uns. Ja, ich guck mir jetzt grad mal hier deinen Loot an. Du guckst dir meinen Loot an? Nein, den Loot, der hier liegt. Achso. Hier ist noch eine kontaminierte Zone, da kommt man nach runter gehen. Nein, ich hab's. So, mal gucken, wo wir jetzt die zwei anderen kommen. Ja, na, ich wieso nicht. Wir laufen, komm, wir laufen in meinen Gegend. Warte, 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 warte. Ich glaub, da wo die Kontaminierung sind, sind auch die Gegner, denk ich mal auch. Ihr seid genau gegenüber von uns irgendwo. Ich geh jetzt mal in die U-Bahn rein und hoffe, dass ich da irgendwo bei euch wieder rauskomme. Oh, Schuss. Ich lauf Monkey hinterher. Der macht Blödsinn, der macht Spaß. Ich schieße die Typen dort um, ich hätte hauen können. Ich dachte, war klar. Das war doch der Robe, den wir die ganze Zeit verfolgt haben, oder nicht? Naja, aber trotzdem. Jungs, warte mal, bleib doch mal stehen. Wann lauf denn jetzt hin? Lass uns mal die Abrufzone. Oh Mann, dieses Scheiß mit den Entdeckungen lehnen, geht mir so auf den Sack. Hier, also wir sind jetzt direkt bei einer Abrufzone bei der, bei einer, ähm... Südlich. Äh, wie heißen die Dinger? U-Bahn, wie sehen sie? Ja, wir sind, wir kommen gerade die U-Bahn hoch. Ja, dann müsstet ihr ja... Ich kann das aber hier nie rufen, ne? Du? Doch. Bei mir steht das hier nicht. Oh, da sind zwei Ver... Uh, da sind zwei. Ich ruf mal, wa? Ich seh das gar nicht. Ich hab gar nicht. Seht rechts über dein Inventory und dein Leben. Helikopter im Anflug! Okay. Also ich hab... Nichts gesehen. Ich auch nie, deswegen. Ah, Papa ist ja da. Schützt mich mal ganz kurz, muss Fenster zu machen. Jo. So, weiter geht's. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das abgeben kann, was ich gekriegt hab. Die Leute sind noch nicht eingespielt. Dahinten kommen welche? Wo? Welche Richtung? Äh, da... Haben wir einen Kompass? Der ist schon da. Ja doch, das ist... Kassenkompass. Ost, Ost. Ja, Ost. Aber es kommt halt immer drauf an. Ist jetzt einer. Mehr seh ich nicht. Da kommt jetzt reingelaufen Zeug. Und ein dritter hinter so ner Kiste. Ja. Im Süden. Er hat nen Sniper, aber übelste, alter. Eins, zwei, drei. Hm, der zielt gerade. Ich vermute, er wird erschießen. Sondern machen. Ah, ist der vierte. Ha. Naja, das ist eine Gang, würde ich sagen. So wie die sich hingestellt haben jetzt. Hm. Ja. Tut ihn mal bissl verwirren. Juhu. Beginnen Ladungsabholung. Ich kann das nicht ranhängen. Ja, doch. Und wenn du da rangehst, dann steht da nachher. Ernsthaft? Ja. Wer hat das jetzt gesprengt? Wer war das? Nee, ich konnts nicht. Der Typ, der wäre da hinten. Ich konnts nie abgeben. Schnappt ihn euch. Hey, hier ist das auch markiert, oder? Nee, ich konnts nicht. Nee, das war, weil ich ihn aussehen angeschossen hab. Dann wird er kurz rot. Damit er mir zeigt, dass das äh... Hey, lohnt sich nicht hinterher zu rennen. Hat der jetzt wirklich unser ganzes Zeug zerstört? Nein, das glaub ich nicht. Doch, der hat da eine Sprengladung direkt durchgehört. Echt? Ja, dann hat er. Da ist das Zeug kaputt. Der rennt hinter dir her, Koki. Dann ist es kaputt, ja. Schießt auf dich. Was? Wieso? Wird er nicht. Broke. Das ist Reserve. Wird jemand getötet? Krieg ich da nix für? Der ist hier rot zum Beispiel. Naja, nie auf den schießen. Der hat keinen Totenkopf. Du hast den nur angeschossen. Oder einer aus unserem Team hat den angeschossen. Sehst du, wenn wir jetzt weiter auf ihn schießen, erst dann werden wir, ähm... Wie heißt das? Broke, oder wie das heißt. Gewichsert, oder wie das heißt. Gewichsert, ja. Dann bist du erst abtrünnig. Ja, weil das Problem ist, du kannst auszusehen ja dann andere Leute anschießen. Das kann ja mal passieren. Und dann hast du aber so ein kurzes, äh... Wo halt nichts passiert. Und dann... Und zwei Sekunden Fleck. Ja, dann... Dann werden die halt rot. In der Zeit darfst du halt nicht nochmal auf den schießen. Wenn du das halt machst, dann... Wohin, wo lässt du hin eigentlich? Ich wollte nochmal zu der Abwurf-Zone, aber ich hab mein Zeug... Ja, dann sag das doch, Alter, dass wir mal zusammenbleiben. Wer schießt denn jetzt hier? Der Typ da neben euch. Oh, weile Güte. Was ist das denn hier? Der hat mich gesehen, der hat auf mich geschossen. Ich würde das... Ich krieg das Zeug einfach nie los. Ich weiß nicht, wieso. Ich drück F, es passiert nichts. Hast du da wie so einen direkten Balken, wie... Wo steht, äh... Beförderung oder sonst was? Oder... Du musst ganz lange F gedrückt halten. Ja, du musst gedrückt halten. Steht ja da. Da steht so ein ganz dicker fetter Balken. Mach ich ja. Ich kann auch nicht rufen. Ich kann's hier auch nie rufen, das Ding. Ich hab so... Ich jetzt auch nicht. Stehen so viele hier drin. Ich glaube, das ist egal, wie viele da drin stehen. Da kommt schon wieder einer. Was? Wo? Wer kommt? Das ist... Wisst nicht, warum du das beim Mini fungst. Sollen wir den angreifen? Nee, lass mal. Mit Punkte. Äh... Da sind wir aber... Gefleckt. Muss nicht sein. Ja und, aber nicht lange. Ja... Da vorne ist direkt ne U-Bahn-Station. Ja, dann mach halt. Warte. Boah, halt da. Er hat doch nichts gehabt, warum hast du den getötet? U-Bahn, U-Bahn, U-Bahn. Rechts, rechts, rechts ist einer, oder? Nee. Ja, U-Bahn, U-Bahn und dann verstecken. Jeder ne Seite abdecken. Ich mach diese Seite ja. Geh zum Monkey rein. Ich hab noch keine geeignete Stelle gefunden zum Abdecken. Ja, ich hab hier direkt wieder ne Trette. Bleib doch mal. Ja. Lass uns mal runter gehen. Oh ey. Noch weiter runter meinst du? Geht der noch weiter runter? Ey, wartet auf mich. Ich bin auf die andere Seite gegangen. Bleiben wir hier Monkey, oder? Ja, ich decke hier vorne die Seite ab. Leute, da kommen zwei Leute. Von oben. Mal hinter dir meinst du, oder was, Sushi? Ja. Also waren zumindest gerade angezeigt. Äh, Totentrepren. Ich decke hier die Seite. Ich decke hier. Und auf meiner... Ich decke die Treppe, wo die hergekommen sind. Ja. Äh, in meiner Richtung wären dann normale Gegner. Wird mir zumindest angezeigt. Okay. Aber lass uns erstmal den, 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 den Fleck wegkriegen. Aber lass uns erstmal den, 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 den Fleck wegkriegen. Uah. Mieses. Hey, Cory. Warum bin ich der Miesepeter? Und weg. Okay. Bestätigt. Abtrennigen Status nicht Flänge aktiv. Kriegen wir auch nochmal 110. Ja, wir sind alle, wir sind alle das hier das ganze. Äh. Eine gute. Da oben sind zwei Totenköpfe, ne? Drei Totenköpfe. Ja, warte mal. Ich muss mal ganz kurz aus dem Spiel raustappen. Warum musst du aus dem Spiel raustappen? Weil ich gerade Probleme am Greenscreen habe. Nur scheiß drauf, nehmen wir den Greenscreen. Mach dich fertig, schnell! Wieso, ich bin hinter dir? Ja, eingeflecht. Oh. Ja, das hab ich gesagt. Mach dich raus! Danke. Jo. Okay. Wir drin. Und das Gegner, normale Gegner? Ja, ja, normale Gegner. Gucken, was der so fallen lassen hat. Hier ist ne Kiste, hier ist ne Kiste! Oh, schau dir. Doch, Fähne. Oh, Alter, wer schießt denn hier auf mich? Oh, der hinter dir mit der Axt! Hinter dir, hinter dir mit der Axt! Oh, ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Da ist noch einer! Was? Wo denn, wo denn? Ich seh... Wo seid denn? Jaaaa! Nappen da! Die sind noch unten grund, komm! Auf geht's! Wir waren auf einmal drei Bots! Naja, wir haben auch gerade... Ich bin Treppe hoch, auf jeden Fall waren da Bots! Habt ihr sie? Warte, Bildschirm! Jaaaa! Ich bin dauernd, ich bin dauernd! Oh, ich brauch's aufgerufen werden! Ja, warte! Ich renne ja schon! Na, jetzt renn ist nie drinne! Der Lappen ist vor mir! Danke! Scheiße, hier... Ja, warte, gleich... Bewegt dich du einfach! Da ist der Typ von vorhin, ne? Der uns das Zeug zerstört hat hier! Ja, Happen! Genau der ist das! Aber man kann... Das Zeug könnt ihr nur ihr aufsammeln, ne? Seh ich gerade! Ja! Weil das Loot muss man sich hier drunten teilen! Hm, da oben ist noch einer! Ich hab jetzt... Warte mal ganz kurz, immer... Ich muss ja ganz kurz... Ich warte, bis ich jetzt noch mal sterbe! Ich wollt grad sagen, ich muss mal ganz kurz raus tappen, weil... Ach, jetzt sieht man wieder was, ne? Das ist meins! Äh, Lappen, wo bist du? Hier! Warte! Ich mach einmal hier, zack! Ja, ja, ja! Ich will jetzt mal das Zeug ausfliegen können, ey! Verdammte Scheiße! Da hab ich jetzt eigentlich alles! Drei Sachen hab ich! Eine Jacke und ein beschichteter Handschuhe! Da vorne muss ich... Die müssen direkt vor uns sein, ne? Also, bei mir ist alles flüssig, ja! Die sind direkt an der Abholstelle! Und ballern da die Leute weg! Ja, ja! Wir müssen mal gucken, wo ihr seid! Ja, die sind hochgelaufen! Ganz normal hochgelaufen! Ja, da kommen wir auch hin gerade! Ich muss mal eben kurz auf Fenster zu machen! Schnell! Du wirst erschossen! Oh, tot! Ah, schade! Ich wollte dich retten, hab mir das dann aber anders überlegt! So! Komm mal mit, Monkey! Geh lang! Monkey! Das ist der schnellste Weg zur Ab- Ab- Abwurfstelle! Abholstelle! Abholbereich! Oh, was ist denn für eine Musikschule gewesen? Ah, da ist einer! Äh... Moin! Da oben, der Lord, der haut ihm... Den hab ich schon mal abgeknallt! Der haut aber eh nach dem anderen die Leute weg, ne? Den hab ich trotzdem schon mal abgeknallt, ist doch egal! Warte, wir müssen da irgendwie rein und dann hoch! Ja, ich geh ja rein gerade! Ja! Das sind irgendwelche anderen Spieler, ich weiß doch nicht, wie man das abstellt! Na! Meine Fresse! Jetzt! Ich bin fast oben! Ich bin oben! Ich bin oben! Oh, der hockt! Der hockt! Der hockt! Der hockt! Der hockt! Der ist oben drauf! Eine Maschine ist im Anschlug auf ihre Position! Haben ihn! Sehr schön! Wup wup! Da sind noch mehr, ne? Um die Ecke! Ja, die sind da! Passt schon! Da hinten! Da liegt mein alter Loot! Aua! Ja! Verlorene Objekte! Hat keiner aufgehoben! Kannst du's wieder aufsammeln? Ja! Das hat keiner aufgehoben! Das ist schon geil! Dann holst du's auf! Hab ich schon! Das muss ich aber echt mal abgeben, weil ich hab voll! Weil ich hab voll! Warte, da ist der Typ! Ja, pass schon, pass schon! Der Lead! Der ist der, der vorhin schon gesprengt hatte, ne? Denk dran! Welcher Typ? Ne, der Lead! Der ist jetzt gerade wieder die Treppe runter! Ja, der ist hinter mir quasi runtergelaufen wieder! Ja! Ich seh ihn nicht mehr! Die Gruppe kann aus vier Leuten bestehen! Lukas! Hier ist Aspector 7, oder wie er ist! Achso, das Spiel nicht, oder? Lukas! Demo! Das ist die Beta! Das ist die Beta! Ich rede nicht mit dir, ich rede mit dem Chat! Er schießt von unten! Oh, ich hab drei von sechs! Beta! Nö! Okay! Boah, ich bin down! Okay! F! Warte, kommst du hier! Ja! Der hat sich da hinten verbarrikadiert, ne? Danke! F! Ich drücke, es passiert nichts, ne? F, ne? Ja, ich drücke F! Ich hab nur F! Gut! 15 Sekunden! Ich kann das nie loswerden! Ich kann das nie loswerden! Ich kann das nie loswerden! Bewegt sich kein Balken, er geht nie ran, nichts! Bei mir ging's! Nichts! Nada! Sie haben einen abtrünnigen Agenten-Neutralismus! Ich weiß nie, warum das bei mir nie funktioniert, schaff das nicht! Vielleicht bin ich doch einfach nur gerade bisschen... nicht doof, aber mehr als F drücken kann ich ja nicht! So, wo gehen wir jetzt hin? Ich kann auch das Ding nie rufen! Ich hab da keinen... Vielleicht hast du deine F-Taste nicht belegt? Ja, doch! Eigentlich schon! Dann gucke doch mal nach! Als würde der ja nie standardmäßig F anzeigen können! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Ich setz mal ganz kurz! F benutzen! Ganz normal! Ich mach mal... Mir wird's aber auch nicht angezeigt! Du weißt, wo du das aktivieren musst, den Code, oder Lukas? Ich bin gleich wieder da! Kannst du mich mal healen? Ja, was? Wo? Los, danke! Weil ich hab nämlich nicht mehr dabei! Ach! Ah, Mann! Danke! Jo! Wo seid ihr denn? Da! Kannst du nochmal rufen? Könnt ihr mich mal kurz beschützen? Dann gebe ich nämlich schnell dem Lukas ein Key! Weil ich kann hier nichts rufen! Also... Ich hab hier kein Symbol! Nichts! Nada! Ja, da! Also auf der Website, ne Lukas! So! Posten den mal hier rein! Und? Voll die kalten Pfoten, ey! Ich kann den auch nie rufen! Kannst du das mal, Ki? Nein! Oh! 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 Ich bin grad ein bisschen... Wieder da! Oh! Oh! Jesus! Oh! Ich bin ja gar nicht! Haha! Na dein Green ist Green! Ne! Nix! Nada! Warte! Soll ich jetzt rufen wieder oder wat? Kannst du den nicht rufen? Weil ich und Monkey können es nicht! Bei mir erscheint kein F! Nichts! Nada! Ja, keine Ahnung! Wenn nicht immer jeder gleich mit reinlaufen würde hier und 50 Leute drin stehen! Das hat da mit den Leuten nichts zu tun! Weil jetzt hat es auch einen Cooldown Zeit, wo der Heli wiederkommen kann! Kann ja auch sein! Ah! Da hinten sind Robes! Ja! Ich seh's! Diese Scheiße geht mir auf den Sack ey! Mit dem Scheiß anlehnen! Pissen! Der geht nicht wieder weg, wenn ich will! Ja! Danke! Ich würde mich zugeschlagen, als die 1,20 gekostet haben! Mit den anderen Typen habe ich gerade eben ne... Boah! Unten! Rechts! Ja! Normaler aber! Ja! Boah! Aber trotzdem haben die nicht gut an mich doch! Weg! Krusy zurück! Krusy zurück! Krusy zurück! Krusy zurück! Hast du schon getötet oder was? Ja! Oh mein! Na mal! Ja! Ja! Aber man kann sich auch selber heilen mit der Granate okay! Ja! Also ich kann hier nichts rufen! 7 7 hier bin ich auch lieben ein drittel um genau zu sein ja ich auch oder warte es kurz zeigen wir jetzt darkzone währung ich kann bergung anfordern nur wenn du ein behälter hast kannst du es glaube ich ich bin kurz mal auf nicht oben ich habe ein behälter und es geht nicht dann sage ich ja vielleicht hat es einen cooldown wenn er es aber holen kann da hat es runter dieses sind 26,6 gigabyte oh warte mal weil der monkey muss nachher eh arbeiten gehen unter deinem unter deiner munitionsanzeige ja was für eine zahl steht da 35 34 ich freue sich wieso keine ahnung hast du gerade versucht die du gemacht hast mit der waffe glaube ich weiß ich nicht ganz schön die sachen bin ich mal gespannt bin ich noch nicht frei ach so du meinst dass der download ja aber beim lappen gerade glaube ich ging es gestern auch schnell der hat ums uplay aufgemacht und da war irgendwann das ganze da ne lappen war das nicht so ja siehst du also einfach in deinen spielen in uplay reingehen und roman flog das auf bin ich ja mal gespannt ob ich das jetzt abgeben kann ich glaube es war nicht ansonsten holt ich ihn mal einloggen also auslocken einloggen ne ja schon schon ich geh jetzt mal hier hoch eh nichts wird hier geschossen auf uns kann es sein ne ich schieße auf die anderen auf die totgeweihten von hier oben mit der sniper ach so na dann weil die hier unten die bekriegen sich da zwei teams oder sowas bekriegen sich da wie die blöden Geht nicht. Ich hab zwar den Ding HF halten, aber... Nix passiert. Sehr eigenartig. Du play beta access. Nein, wieso beta access? So, ich will jetzt die Typen da drücken. Ja, wieso? Noch ein paar Punkte. Eingang. Den Code hast du schon aktiviert, oder? Auf der Homepage von Division selber. Und da hast du auch bekommen, ist aktiviert und dauert noch ein bisschen. Vielleicht dauert es einfach noch. Kommt ihr mit, die Leute töten, oder wollt ihr jetzt noch warten? Ja, hab Bock drauf. Weil das ist ein ganzes Team, wenn wir die wegholzen, es gibt richtig Punkte, weil die töten schon die ganze Zeit. Guck mal, die haben schon voll. Seht ihr das? 300 Sekunden. Wenn ihr die jetzt wegknallt, weißt du, was es da für Punkte gibt? Jetzt hat er mal wieder schon über den Heddy gerufen. Hinter dir ist einer, oder bei dir. Mach nicht, der will, der will fürs Hof. Der will genauso wie wir auch nach oben. Wo sind die Lappen? Lappen! Lappen! Wir haben die auch alles. Die sind gut. Alter. Oh, ich bin da unten. Team ist verletzt und braucht Hilfe. Ich bin da unten, ich bin da unten, ich bin da unten, ich bin da unten. Ja, das hatte ich schon ausgehoben. Warte mal. Ja, die haben sich aber auch verbarrikadiert. Das sind echt clevere Typen. Ja, komm, was sind das für Typen, ey? Alter, der ist Stufe 10, ne? Level 6 und Stufe 10. Vorsicht, da ist der andere. Der kommt zurück, Digga. Kommt, der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Wieso hast du den nicht abgeknallt? Ja, ging nicht, Digga. Ich musste gerade nachladen. Was soll ich machen? Oh, ja, keine Ahnung, wusste ich nicht. Ich bin bestest. So, ich geh erstmal was essen, ja? Jo, ich mach erstmal ne Pause. Und Essen machen. Ach, ich bin down. Fuck. Wie, macht ihr alle Pausen? Ja, ich geh auch was essen. Du, nach, äh... Ja, das sind wir auf jeden Fall noch mehr. Ja, fahrt noch ein bisschen. Ja, und? Jetzt kann man ruhig mal ne Pause machen. Also gehen jetzt alle ne Pause machen? Ja. Ja. Ja.